Willkommen zu Earthbound. Ja, was soll ich sagen? Irgendwas? Mit mir. Das ist dein Spiel. Okay, wir reden jetzt mit diesem Team hier. Vielleicht war das zu leicht. Mein Name ist Brickroad. Ich bin der Dungeon-Entwickler. Ich habe mein Leben dazu gewidmet, Dungeons zu machen. Ich kombiniere meine Fähigkeiten mit Dr. Andonuts Intelligenz. I can became Dungeon Man. Die erste Kombination von Menschen und Dungeons in der Geschichte. Lass uns noch mal treffen, wenn ich der Dungeon Man bin. Würdest du gerne eine gute Nachtrest machen? Ey, klar. Heil mich auf, Typ. Kostenlose Heilung. Hallo? Natürlich nehme ich die an. Wer denn nicht, bitte? Hallo? Das ist echt so. Was schaust du? Wird der Spießhaund nicht? Doch. Doch. Okay, okay. Ich habe das nur halt... Das ist schon die ganz offenselben Einstellungen. Ja, ich weiß. Aber ich habe das gerade so gesehen. Da passiert nichts. Keine Sorge. Ich habe das schon im Blick. Gut. Noch ein Dungeon. Das gefällt mir nicht. Affe, komm. Affe. Dieses Affenkind. Ratte, komm hier. Das ist gar keine Ratte. Das ist eine Maus. Das ist ein großer Untersche... Oh, wir müssen ihn da nicht mehr bekämpfen. 34 Xp. Aber viel bekommen. Ein Geschenk. Ja, Geschenke sind super. Nummer 34 Xp. Alter, ein Hamburger. Was ist das für ein Pilz hier? Okay, den kann ich nicht irgendwie mitnehmen. Zum Verkaufen oder so, weißt du? Hm. Was ist denn das irgendwie... Okay, das sind Steine. Das sind diese... Ja, ja, genau. Der kleine Ficker. Ja, ich kann nicht durch diese Pfütze stampfen. Soll ich mir gegen den mal kämpfen? Ach komm, mach mal einfach. Mach einfach. Experience und so. Du, 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 du. Du, 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 du. Halt. Jetzt ziehen wir 54 ab mit dem... Mit der neuen Waffe. Hm. Halt, er hat mir gar nichts abgezogen. Cool. 95 XP. Jawohl, Level 7. Das ist schön. Oh. Oh nein, 2. 2 ist jetzt nicht so cool. Okay, komm. Eine nach dem anderen einfach weg. Weckbla... Alter, 28 hat er dann abgezogen. Oh, 27. What the fuck? Der andere hat mir nix abgezogen. Die mir direkt beide... Boom, 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 in die Fresse so. Von wegen stirb. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Wir warten jetzt kurz, bis das hier durchläuft. Ja, ja, hat dieser Schmidt Level 7 erreicht mit dem Runex. Hat er gut gemacht. Hm. So, warte mal. Hier speicher ich jetzt nur mal so. So, warte mal nicht. Du, 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 du. Oh. Jawohl. Red. Nein, nein, nein. Verdammt. Okay, wir müssen zuerst den Pilz ausschalten. Aber ich glaube, der ist stärker. Alter, mit einem Attack haben wir den weggemacht. Oha. Warum ist du noch immer so stark? Ich weiß auch nicht. Aber es kann sein, dass der Affe da mitgegriffen hat. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wen der Affe angegriffen hat. Wobei... Wen... Oh, Level 8. Wow, das ging schnell. Ähm. Was will ich sagen? Ich weiß es nicht. Rede, Junge. Der Affe zieht nicht viel ab, meine ich damit. Rowdy Maus. Ich erinnere mich gerade irgendwie an die Bikermäuse früher auf RTL 2. Kennst du die Bikermäuse? Nein. Wie, du kennst die Bikermäuse? Ah, gut. Ja. Ich bin zu jung dafür. Stimmt, du bist zu jung dafür. Ich bin dein Baby. Selbst ich kenne die nur aus dem Kindergartenalter. In etwa. Weißt du? Überleg mal, als du im Kindergarten warst, da war ich vielleicht nicht mehr auf der Welt. Das weiß man nicht. Doch, das warst du schon. Aber wann bist du im Kindergarten gekommen? Mit drei ungefähr. Oh, okay. Also sehr spät. Wieso sehr spät? Weil heute Kinder mit eins in den Kindergarten kommen. Ja, das ist da, wo die Mütter dann irgendwie... So Wolken gehen und so. Ja, und keine Omas haben, die das machen und sowas. Früher haben das die Omas gemacht. Die haben... Also ich war eigentlich nicht im Kindergarten. Meine Omi hat auch nicht aufgepasst. So. Und... Ja, ich war halt auch im Kindergarten, aber eigentlich nur zur Sozialisierung und sowas. Spass. Was denn? Das ist so. Mein Eltern waren halt in meinem Kindergarten gute Sache für Kinder. Frisst der Runa erstmal so eine Brotrolle. Der kleine... Vor allem... Immer wenn ich das lese... Breadroll... Du weißt nicht, wie bock ich das so auf so ein Stockbrot oder sowas... Boah, ja. Wir sind dringend auf dem Mittelaltermarkt. Du musst da auch immer... Ja... Warte... Ich muss da die Seile hoch. Ich weiß das. Mhm. Du musst da nicht ständig gucken. Ja, gut. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du... Du... Weißt du? So ein weichen Teig... Und so... Oh... Mhm. Ich hab ja auch wieder... Wie gesagt, Mittelaltermarkt, jung. Jaa... Muss man wieder hingeben. Oder ich hatte ja so eine Pizza Variante vom Stockbrot oder so was... Boah, war das lecker. Oh. Mhm. Das war so geil. Das war so kulinarisch für mich sowas komplett Neues. und ich liebe es vor allem so geiles warmes brot und dann auch mit irgendwie so gewürz oder so das ist so lecker leute kann ich dir vorstellen wie lecker warmes brot ist das geilste okay das geilste jetzt vielleicht nicht aber ich würde gerne dass dieser pilz da weg geht ich schreibe mir das jetzt noch einmal auf und dann bräuchte ich morgen einfach nur noch abzuschreiben weißt du in schön das ist nicht schön das soll ja auch schön aussehen weißt du jetzt soll es ja ich frage mich halt nicht wie man das schreiben muss man sollte über sechs punkte schreiben dann steht da ja ich kann noch über mehr schreiben aber irgendwie vor allem mein vortrag fängt so voll harmlos an so ja ich heiße so und so und bin so und so viele jahre alt ich studiere das und das und dann endet damit als kind mochte ich keinen lauten menschen heutzutage ist es immer noch so voll die dunkle wendung das sind zwei pilze du musst das geschenk glaube ich du musst irgendwas finden auf jeden fall ja bestimmt das habe ich keinen bread roll mehr auf weil du musst einem affen gleich irgendwas geben irgendwie so ein bubble keine ahnung sagen wir nicht mal selber brot backen oder so ja können wir halt du fährst nicht so drauf ab aber ja weil ich so kochen oder sowas nicht so sehr mag aber ich habe gerade voll bock auf brot oder so teigzeug haben wir gerade zufällig so sachen im haus ich glaube schon aber nee wir haben keine hefe leider haben wir nicht es könnte sein dass ich meinen aquaristik kiste irgendwo hier haben nein wir holen nicht diese hefe es gibt so richtig geilen brotteig den habe ich früher mit meiner mama gemacht aber ich habe vergessen wie der geht ich muss die mal fragen das ist also richtig geiler und das war dann so wenn es warm war bohr junge ich freue mich auf den nächsten mittelalter marken erstmal wieder stockbrot fressen und liqueur trinken und das was sie damals da gekauft haben war richtig lecker das war okay ja das war lecker also dafür dass es wein war war es okay ja doch doch das war gut das kannst du ausrüsten irgendwie hat mein pc gerade so eine störung das ist das hier okay okay alles gut ja ja mein problem wir haben irgendwie volles inventar die cheap wrestling müsstest du halt ausrüsten nur muss dem muss gleich wieder nach da unten wo dieses seil abgerissen war weißt du okay ich überlege gerade ob ich die popgarn wegschmeiße weil die ist schwächer als die ja dann wirf die doch weg und so haben weißt du so haben wir wenigstens platzern für ein item wenn wir das gleich ich versuche gerade hier die die gegner so aus dem arbeitsspeicher rauszuholen fack der ist immer noch da nein der ist immer noch da so kann ich dich jetzt irgendwie bohr da oben sind drei pilze jetzt wir haben halt einen pilz kaputt wir haben halt keine heilung das ist halt das problem nein das sind zwei pilze wie sind das zwei pilze verdammt nein das sind mir auch schon ab okay das war's wow das ging schnell so die popgarn machen wir weg drop irgendwie hab ich gerade was falsch geschrieben glaube ich ich hasse das wenn man sich nicht sicher ist okay was muss ich denn zum schule Bottle rocket Pack of Dubelgum, Gif Yus Oha Wie kann er damit fliegen? Ich weiß es nicht. Guck mal so ein Hörnchen, das ist voll süß. Hm, noch ist der Affen nicht abgehauen. Ja, aber der haut gleich ab. Ja, klar! Gib mal weg, ihr Pilze. Komm, bitte seid weg, bitte seid weg. Nein, da steht immer noch einer direkt vor mir. Wir haben nur 21 Kp, Mann. Fuck, hast du nichts zum heilen? Nein. Nein. Haben wir das letzte Stockbrot schon gegessen? Junge, Junge, der spürt dich auf. Wie der direkt so wild wird. Wie der direkt geil wird auf dich. Ja, genau wie bei Animal Crossing diese Geldsammelteile da. Boah, die sind immer schneller. Diese Ruiden da. Diese bla 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 Ruinen, weißt du? Ja, die zu Geld sammeln immer, wenn du da so ein Projekt hast und so. Oder Tom Lux Höschen, dass man so feucht wird, weißt du? Genau, da lang einfach. Da ist ein Affenmietchen. Ja. Du bist ein männlicher Affe. Du bist ein männlicher Affe. Ki, guck, guck, guck. Ich denke, ich habe verloren. Wir sind bei Stone Age, what the fuck. Ach, die knutschen noch gar nicht. Nein, noch nicht. Okay, aber jetzt nicht. Uga, 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 uga. Nein, das geht noch nicht so schnell bei Affenmädchen. Die brauchen schon ihre Zeit. Was zur Hölle? Southwest musst du gehen, Junge. Ich gehe lieber an diesen Menschen da vorbei. Okay. Aber so, warte, ich stelle mich kurz hier in die Mitte. Oh Gott, da sind überall wilden. Okay. Okay. Ich glaube, ich hätte hier nicht hingehen sollen. Nein. What a crazy shit. Ich gehe hier weg. Ich gehe hier weg. Du musst in irgendein Labor oder so ein Kack. War das vielleicht das Labor? Weiß ich nicht. Oh mein Gott. Ich habe Angst vor diesem. Südwest ist das Labor, Junge. Hallo Mensch. Oh, ihr Kinder. Schaut nicht so glücklich aus. Lass es mich erklären. Diese Steine hier. Das nennt sich hier Stone Age. Ufos werden hier häufiger mal gesehen. Das hast du bestimmt schon beim Fernsehen gesehen. Oder hast du davon in der Zeitung gelesen? Hm. Ja. Genau das hier ist Stone Age. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl dieser... Ah okay. Vielleicht sind das... Okay. Das ist ja ziemlich böse. Ich weiß nicht. Ich... Wir können es ja ausprobieren. Guck ihn mal aus. Genau. Für einen Safestate. Du 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 dut. Du 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 du. Doch. Okay. Weil ihr am Versuch wert. Somm ich gerade die oblingelte... Cave Boy? Leute, sind die vielleicht nicht so stark? Achso, ja klar, nicht so stark. 34 direkt. Abgezogen. Naja, es war ein Versuch wert. Hm. Bei der Oben war ja auch so ein... Ah, das ist auch so ein Dragon Ball Ding hier. Dieses Sanctuary Ding. Hm. Hallo, hier eine Stunde. Mr. Brickroach. The Dungeon Maker refert you right? Wie kann man refert? To refer first, eigentlich nicht was beziehen, so. Ah, nicht nur das, was? Mein Sohn? Oh. Das glaube ich kaum. Du bist ja... Mein Sohn. Das sind bestimmt 10 Jahre vergangen, als ich das letzte Mal gesehen habe. Ich bin so froh, dass du so ein healthy boy bist. Diese Brille sieht sehr gut an dir aus. Wie wär's mit einem Donut? Gerne. Hast du schon Storage gecheckt? Ja. Hm, okay. Wieso bist du eigentlich hier? Ah, wieso, ich verstehe. Dieses Mädchen namens Kya hat dich gerufen. Ich versuch dir zu helfen. I'm trying to make a, Phase-Distorter. Welcher dich da, zwischen zwei Points im Space und Time verbinden kann. Also, eine Warp-Maschine. Sowas in der Richtung, ja. Okay. Es ist zwar noch nicht ganz vollständig, aber es wird schon funktionieren. aber ich werde dich was anderes benutzen lassen den Skyrunner das ist ein bisschen älter aber es sollte funktionieren ok du sollst irgendwelche Messages vom Destination lesen oder hören wo du hin möchtest dann kommst du da hin die runde Maschine da drüben ist der Skyrunner ist das nicht süß? lass uns wieder in 10 Jahren da so treffen was ist das bitte für ein Vater? ist so mein Geschenk broken pipe inside sag mal wieso kriegen wir so viele broken bullshit Sachen kann man die irgendwie reparieren oder so? kein Plan vielleicht er hat so viele kaputte Sachen broken iron was kann man denn damit machen? ich hab keine Ahnung kann man das irgendwo reparieren lassen? also du kannst es auf jeden Fall irgendwie nach Threat traveln ja da musst du halt auch als nächstes hin möchte man das dann jetzt mal hier vielleicht kannst du es mit dem benutzen vielleicht repariert der das muss man vielleicht benutzen vor dem ja sag ich schon guck hier ist so ein broken air gun use hmm oh eine revitalisierungsmaschine das ist gut vor allem gut na gut dann alter e gleich mc² steht da an der Tafel mei das ist volles Ufo expname verscheid was ist bloß falsch mit dir gelaufen imp discontin grad seid Ich weiß schon warum dich keiner mag? Gar nicht. Zed mag mich, Runex mag mich, du magst mich. Ja weil ich den jeden Monatort überweise, damit du Freude hast. Das stimmt gar nicht. Alter, das ist ziemlich crazy. Wir fliegen doch jetzt eigentlich von England quasi nach Amerika. Waren wir in England vorher? Ja Rune war eben in England quasi. Tessie, Loch Ness, Storwich, das ist ja alles... Ist das irgendwie in Schottland? Irland? Ja, Irland nicht, aber Schottland. Wegen Loch Ness, so dachte ich. Ja genau, weil das ist ja im Prinzip da Great Britain und so, das ist für mich alles eher ein Ding. Da gibt es keine offizielle Grenze, glaube ich, so richtig. Außer bei Irland, da gibt es eine irgendwo aber. Das ist alles andere, es ist irgendwie so wie bei uns die Bundesländer, da gibt es keine so richtige Grenze. Da steht da, oh du bist jetzt dritten dort. Ich weiß auch in dieser Umzugsphase, wie oft wir dieses blöde Schild gelesen haben. Oh, tschüsse in diesem Bundesland. Hallo in diesem Bundesland, drei Meter weiter. Mhm. Wow, ich finde es eigentlich cool, dass jetzt dieser Three-Story so größtenteils mit Rune gespielt wurde. Sein offizieller Name ist, by the way, Jeff. Ah ja, Jeff Starkmann. Ich fände das gerade so geil, wie du einfach wie dieses Faultier in Sumania so voll langsam eigentlich realisiert hast, was sie gesagt haben, dann anfängt sie zu lachen. Boah, Sumania war voll der geile Film, ja. Ich hab den dir gezeigt, ich hab dir gesagt, der ist richtig geil. Dann haben wir den geguckt, dann meinst du ja, der ist nicht schlecht. Jeff Starkmann ist so geil. Was denn? Wie ging nochmal dieser Satz von Alan? Plötzlich, ein gleißender Komet oder so. Ach nein, warte, bla 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 bla. Plötzlich, ein gleißender Blitz am Himmel. Oder am Horizont. Ein Meteor stürzt zur Erde oder irgendwie sowas. Warte, ich muss mir gerade meine Augen... Lies bitte vor. Ah, Mann, oh Mann. Erschreck mich nie wieder so. Weiter. Der Skyrunner. Ich glaube, er hat ein bisschen Schaden abbekommen beim Landen. Oh, na ja. Du musst nichts erklären. Ich bin Rune. Ich bin gekommen, weil ihr mich gerufen habt. Ich bin nicht so stark. Ich bin sehr kurzsichtig, ziemlich schüchtern. Und ich bin ein bisschen rücksichtslos. Das ist halt so, wie ich bin. Ich hoffe, ihr wollt mich als Freund haben. Okay? Alter, das ist richtig jung. Okay. Lass dann mal die Reise beginnen, ne? Kurzsichtig. Ist das überhaupt kurzsichtig? Okay, gut. Aber ich bin fernsichtig, deswegen... Weitsichtig. Ja, aber deswegen ist es nicht selbstverständlich, dass andere Menschen nur kurzsichtig sind. Die meisten Menschen sind kurzsichtig. Ich weiß, ich bin so eine richtige Oma. Ich habe die Zeitung in der Hand, halte sie so weit wie ich nur kann weg, leg meinen Kopf in den Nacken und ich kann es immer noch nicht lesen. Ja, so ist das. Mit uns Ommes. Und jetzt dunkel folgen Und jetzt durch das? Warte mal. Happy euro! Warte mal, wir haben doch... Fotos Lot! Weißt! Vorbild Nice, 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 oh alter, grüngealer Treppen ist ja nice. Ich wollte gerade sagen, der Affe ist weg, aber ja. Weißt du, was lustig wäre, wenn wir in diesem Let's Play ab jetzt noch Rune dabei hätten, weißt du? Zum Labern und dann später noch Sepp, weißt du, so als ob man dann so wirklich so hier... Aber ich fange einfach an dabei, das geht also nicht. Egal. Ich bin mir gerade etwas nicht sicher, was ich tun soll. Kannst du mir kurz helfen? Was soll ich sagen? To get out of the room use a bad key machine, update your weapons and armor and buy some bottle rockets for Jeff. Go south to the Zombie Circus and fight the Zombie Tent. Also erstmal Ausrüstung kaufen und dann ins Tent gehen. Ja gut, Ausrüstung haben wir doch prinzipiell. Ja, aber nicht für Rune so richtig. Na so gut. Wie soll das gerade so geruckelt? Von die Frame gedroppt. Von gedroppt. So, warte mal. Wir geben jetzt ein paar Sachen an Kiya weiter. Ja, das möchte ich auch hoffen. Wie zum Beispiel das Defense Spray. Oh, ich wollte das gar nicht nutzen. Sorry. Jo, benutze ich meine Sachen. Das sind aber gar nicht deine Sachen. So, kann ich das vielleicht verkaufen. So drücke ich immer auf benutzen, nicht auf geben. GIF. So, kann ich hier irgendwas machen. Ich kann hier aktuell nur den Heart Head kaufen. Für Rune. Okay. Ja, dann vielleicht sowas. Ja, dann muss ich mir erstmal Geld... Warte mal, kann ich denn erstmal hier warten? Nein, ich wollte nicht kaufen. Ich will sellen. Oh, das ist umständlich. Pack of Bubblegum. Okay, dann muss ich mir Geld holen gehen. Mann. Nehmen wir ein bisschen Geld noch mit. Wieso hat man so viele... So viele so... Items, die man irgendwie nicht ablegen kann oder so. Weißt du mal, das ist halt sehr nervig tatsächlich. Rock'n'Rockets oder Bottle Rockets oder so? Ja, irgendwie sowas. Hier gibt es sowas. Was ist denn Bottle Rockets? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die kann da im Kampf benutzen lassen. Keine Ahnung. Hier steht nur, update your weapons and armor and buy some Bottle Rockets. Ja, ja, wie auch immer. Was ist das denn? Wir gehen da jetzt mal hin. Geh mal einfach zum Zelt. Genau, das wird schon nicht. Da ist einer reingerannt. Oh, die rennen da alle rein. Was ist das? Ich gehe einfach mal rein. Ich speichere mal noch schnell. Das ist doch gar nichts. Sind da nur Pieps? Hm? Vielleicht ist es so... Eigentlich was, wo die Bürger denken. Das ist so eine Verteidigung. Aber eigentlich ist es so... Weißt du? Leute haben mich früher böse genannt. Aber diese Zombies sind viel furchteinflößender. Ich habe meine Frau und Kinder verlassen, um in dieses Zelt zu kommen. So schrecklich sind die Zombies. Was? Frankly. Ich renne verängstigt. Ich meine damit nicht, dass ich wirklich dann rumrenne. Ich meine nur, ich bin verängstigt. Die Umstände in der Stadt werden schlechter. Okay. Wieso nehmen wir nicht alle Zombies in diesem Zelt und setzen sie dann on fire? Vielleicht werden wir auch alle gefresst, bevor wir mit dem was tun können. So, das ist dieses merkwürdige Objekt, das rumgeflogen ist und dann im Friedhof gecrasht ist. Es sieht aus, als wäre es direkt aus dem Saturday-Morning-Cartoon. Wow. Bist du damit hergeflogen? Jetzt haben wir zwei Frauen. Okay. Wie können wir die Zombies besiegen? Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin froh, dass du uns helfen möchtest, aber du bist ziemlich jung. Wow. Kein Problem hier. Okay. Ich dachte, im Zelt sind Zombies zum Besiegen. Ja, hier steht, go south to the zombie circus and fight the zombie tent. Vielleicht noch mehr südlich. Kein Plan. Vielleicht, weißt du? Mhm, mhm. Guck mal, da unten sind auch nochmal so Vivago oder so. Siehst du das? Vielleicht müssen wir da hin. Sieht so aus. Mhm. Da drüben gibt's Fude. Nur ne Bakery, ernsthaft. Hat die Bakery wenigstens guten Shit? Lucky Sandwich. Lucky Sandwich. Mhm. Dann kaufe ich halt ein paar Croissants. Ja, bitte noch weitere Croissants. Was ist jetzt dieses Skip Sandwich? Guck doch mal bei Hilfe. Ich kaufe das jetzt einfach. Ich werde es dann später einfach benutzen, um gut Glück. So nach Süden hieß es. Hier geht's nach Süden. Das ist ein Kieb mit so einem Wobbelkopf. Mhm. So, das wird ja wohl genug sein. Ja, bestimmt. Okay. Ich mag dir das nur, weil du ausziehst, als würdest du es schaffen. Die Wahrheit ist, ich arbeite für die Monster. Ja, so sieht er auch aus. Es scheint so, als würden die Menschen verlieren. Also bin ich auf der Zombie-Seite. Für meinen eigenen Schutz. Der Zombie-Anführer liebt mit fliegenden Honig. Was? Du verstehst. Bienen machen Bienenhonig und Fliegen machen Fliegenhonig. Der Zombie-Anführer ist stark, weil er immer Erdnussbutter frisst und Fly-Honey-Sandwiches. Ich habe viel Fliegenhonig im Zelt im Süden eingelagert. Also gibt es doch noch ein südlicheres Zelt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter, das Zelt ist ein Monster. Ich dachte, in einem Zelt werden Zombies. Ja, das ist nur dieses Gesicht. Okay. Vielleicht ist das so ein Geist, der die besessen hat. Ja. Mach doch eh 39. Ja, true. Aber du musst es damit zur Stimme sagen. Ja. Freeze better. Und davon nur Shoot. Boogie Tent. Ja. Kear hat voll die hohe Init. Ja, vergleichst du den anderen? Ja. Das hat nicht gewirkt. Es war schon voll oft so, dass Kear angreift, dann das Monster und dann Schmidt. Schmidt ist so ein richtiges Lahmarsch. Ich bin nicht mehr. Better. Better. Auf jeden Fall so Mania, ja? Das ist ja eigentlich so voll der Kinderfilm. Aber ich finde, der ist irgendwie ziemlich bizarr für einen Kinderfilm. Hm. Wenn du verstehst, was ich meine. Das mit diesen Pillen irgendwie, die die genetische Dings vom Ding verändern. Das war sehr gut ausgedrückt. Aber die, die den Film kennen, wissen, was ich meine. Ja, und für die, die es nicht kennen, hast du gerade alles gespoilert? Nein. Ich habe oft genug Dings gesagt. Na gut. Das ist wirklich voll düster irgendwie für einen Kinderfilm. Ein bisschen. Ja, aber König der Löwen, Alter. Der Vater stirbt. Und der Onkel, Alter, ist so ein Arschloch, den vertreibt und so. Und am Ende muss der Neffe den Onkel töten. Was ist das? Das stimmt. Das ist echt hart. Aber ich fand diesen anderen Disney-Film. Ich habe ja im Flug voll viel geguckt. Diesen, wie heißt das? Heißt der auf Deutsch? Sing it? Ich glaube ja. Den fand ich nicht so gut. Also der ist schon cool so. Aber im Grunde geht es eigentlich nur darum, dass so ein Typ pleite ist. Und der dann so ein Casting veranstaltet. Und das war es. Und dann der Hauptteil von dem Film ist einfach nur die Proben. Und das habe ich mir angeguckt. Und dann dachte ich irgendwann so, okay der war ganz nett, aber dafür hätte ich nicht irgendwie 10 Euro Kinogeld ausgegeben. Mhm. Plus Snacks. Plus Snacks, ja. Ja, weil ich kaufe immer Snacks im Kino. Ja. E3-9 Battle. Versus Boogytan. Boogytan was defeated. You've won. Schmetten is Friends. Gate. 1.834 XP. Each. Roots Level is now 10. Offense went up by 2. Speed went up by 1. Guts went up by 1. IQ went up by 1. Maximum HP went up by 2. Runes Level is now 11. Fence went up by 1. Speed went up by 1. Guts went up by 1. Vitality went up by 1. IQ went up by 1. Luck went up by 1. Maximum HP went up by 10. Runes Level is now 12. Ok ich habe keinen Bock mehr. Oh Baby. Offense went up by 3. IQ went up by 1. Maximum HP went up by 2. Rune is now off to 11, Junge. Ist echt so. Ich bin mir sicher, du sollst diesen Mülleimer ansprechen. Ja Moment. Der hat uns nichts abgezogen. Ja. Schmettergeruch du Trashcan. Mal lass sie was haben wir möglich gefunden. Ein Jar of Fly Honey inside. Soll ich dir ein Stück gehen wo du das essen musst? Nein. Das machen wir im nächsten Mal. Bis dahin. Fett. Ciao.